Durch den mega smoothen Sanftanlauf wird eure Oberfläche geschützt. Schaut her! Hallo, mein Name ist Markus Leitlein und ich bin bei der Firma Conturion Firmenkundenbetreuer. Heute möchte ich euch die Planex Easy von Festool vorstellen. Mit der Planex Easy lassen sich perfekt verspachtele Wände und Decken abschleifen, sowie Putz, Farbe und Tapetenreste. Die Planex Easy kommt in dieser sicheren und praktischen Transporttasche. Wie ihr das kennt bei Festool, alles was grün ist, lässt sich bedienen und einstellen. Die Planex Easy hat drei Bedienelemente. Hier der Ein- und Ausschalter. Wichtig beim Einschalten, zuerst nach unten drücken, dann nach oben schieben. Hier der Stufendose-Drehzahlregler. Von 6 bis Stufe 1. Ein weiteres Bedienelement ist der grüne Knopf zum Lösen der Schlauch-Arretierung. Hierzu Schlauch auf die Planex Easy. Dann, wie bei Festool gewohnt, ein Plug-It-Kabel. Auch schön, klack. Dadurch ist die Schlauch-Arretierung fest. Und der Schlauch rutscht nicht von der Planex Easy. Schön ist auch hier die längere Tülle. Schützt eure Planex Easy, das Kabel dazu, vor einem Kabelbruch. Trotz ihrer einfachen Bedienbarkeit hat die Planex Easy eine starke Leistung. Von 400 bis 920 Umdrehungen. Bürstenloser Motor, direkt im Kopf verbaut. Die Planex Easy lässt sich einfach in alle Richtungen bewegen. Das vordere Bürstensegment lässt sich abnehmen. Dadurch können wir randnah schleifen. Durch ein Gewicht von nur 4 Kilo ist ein müdungsfreies Arbeiten möglich. Falls ihr viel Decken schleift, empfehle ich euch das zusätzlich erhältliche Tragegeschirr. Durch den Sanftanlauf wird eure Oberfläche beim Starten geschützt. Der konkave Schleifteller erleichtert der Schleifen auf unebenen Flächen. Die Planex Easy besticht durch ihre leichte Bauweise und einfache Bedienbarkeit. Sogar ich als Schreiner kann einfach mit dieser Maschine arbeiten. Mich freuen, wenn ihr weitere Videos von uns anschauen würdet. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag und frohes Schaffen. Euer Markus Leitlein